Hier ist Andras Martin, vor mir liegt ein iPad und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr darauf die Videokonferenzsoftware Zoom installiert. Das Ganze ist super einfach und wir starten hier direkt rein. Bevor wir loslegen, ich empfehle immer, dass euer iPad auf dem neuesten Stand sich befindet. Das heißt, wenn ihr euer iPad schon länger nicht mehr abgedatet habt, dann ist spätestens jetzt der Zeitpunkt erreicht und ihr updatet euer iPad. Dort geht ihr auf Allgemein und dann in den Bereich Software Update. Gebt dem Ganzen einen Moment Zeit. Oh, tatsächlich, es gibt ein Software Update. Achtung, bevor ihr das Ganze startet, müsst ihr natürlich verbunden sein mit dem WLAN oder mit sonst irgendeiner Netzwerkverbindung. Manche haben auch ein integriertes LTE, so wie jetzt meines hier, aber WLAN ist in allen iPads integriert. Ihr müsst verbunden sein und wenn ihr so eine Meldung bekommt, dann macht bitte das Update, weil ein aktuelles iPad mit dem neuesten Betriebssystem wird sehr wahrscheinlich viel besser funktionieren mit allen Apps. So, das Update ist gemacht und jetzt geht es weiter in den App Store. Ihr müsst angemeldet sein im App Store, das heißt, ihr müsst ein Apple Benutzerkonto haben. Das würde ich euch an der Stelle jetzt nicht erklären, davon gehe ich jetzt einfach mal schwer aus. Ansonsten müsst ihr euch dazu ein eigenes Videotutorial anschauen. Also, ihr geht auf App Store und jetzt geht ihr rechts unten auf die Suche und hier gebt ihr oben in der Leiste ein Zoom Video und das Ganze heißt nämlich nicht Zoom Video, sondern die App heißt Zoom Cloud Meetings. Also, der beste Suchbegriff wäre Zoom Cloud Meetings und jetzt kommt dann das auch an allererster Stelle und ihr seht, ich habe die App schon installiert. Normalerweise drückt man auf den Button Laden, ich habe das jetzt schon gemacht und nachdem die runtergeladen ist, die App drückt ihr natürlich auf Öffnen. Beim ersten Start sieht Zoom so aus. Ihr bekommt einen neuen Bildschirm, bei dem steht, ihr könnt einem Meeting beitreten, ihr könnt euch registrieren oder anmelden. Wenn du zum allerersten Mal Zoom nutzt, dann empfehle ich dir ganz klar, lege dir jetzt ein Benutzerkonto an, das Ganze ist sehr schnell erledigt und ist 100% kostenfrei. Wir gehen zurück, du klickst hier auf Registrieren und dann musst du diese Daten eingeben. Ich lese kurz vor, deine E-Mail-Adresse, deinen Vornamen, deinen Nachnamen. Du musst dich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden erklären, indem du den Haken setzt und dann gehst du hier in den Registrierendialog rein. Nachdem du dich registriert hast, bekommst du eine E-Mail zugeschickt. Gehe einmal in dein E-Mail-Postfach und klicke dort bei der Zoom-E-Mail auf den Bestätigungslink. Solltest du die E-Mail nicht finden, schau unbedingt auch in deinem Spam-Ordner nach. Du hast dich fertig registriert, jetzt klickst du hier auf Anmelden und ich habe mein Passwort schon hinterlegt, deshalb muss ich das jetzt nicht mehr eingeben. Ich verwende einmal mein Touch-ID und bin jetzt startklar. Du könntest jetzt selbst ein eigenes Zoom-Meeting starten mit diesem orangenen Knopf In der kostenlosen Version sind Meetings auf 40 Minuten beschränkt, wenn du das Meeting eröffnest. Wenn du an einem Meeting teilnimmst, zum Beispiel an einem meiner Fotokurse, dann kannst du unbegrenzt lange als Teilnehmer auch mit der kostenlosen Version mit dabei sein. Für dich wäre jetzt spannend, das Thema dem Meeting beitreten. Ich drücke einmal drauf und hier könnte man jetzt die Meeting-ID eingeben. Warum sage ich könnte? Ganz einfach, du musst das gar nicht machen, sondern du bekommst von mir und meinem Team, wenn du dich für einen Fotokurs, für einen Online-Live-Fotokurs angemeldet hast, eine E-Mail zugeschickt. In der E-Mail ist ein Link drin, da klickst du drauf, jetzt dem Zoom-Meeting beitreten. Es kann sein, dass sich kurz der Browser öffnet und dann die Zoom-App und dann bist du aber auch schon im richtigen Meeting drin, ohne dass du jetzt hier irgendwelche Meeting-IDs rüber kopieren müsstest. So, das war es eigentlich schon. Ab jetzt bist du im Zoom-Meeting drin. Beim allerersten Start wirst du sehr wahrscheinlich noch gefragt, wollen sie das Mikrofon freigeben? Das empfehle ich dir auf jeden Fall zu bestätigen. Ganz einfach, dann kannst du nämlich, während du die Zoom-App nutzt, mit mir oder mit wem auch immer du gerade in einem Meeting bist, sprechen. Und sprechen geht viel schneller als tippen. Da kann ich als Moderator oder Präsentator, kann auch Zwischentöne raushören und merke auch, ja, bist du jetzt wirklich zufrieden oder gibt es da noch irgendwelche Zwischentöne? Das kriegt man auf der Tonspur deutlich besser hin. Das Zweite, was ich auch empfehle, ist, die Kamera freizugeben. Das ist dir natürlich überlassen. Nicht jeder will immer seine Privatsphäre aufs Spiel setzen. Aber A, jeder hat irgendwo ein Zimmer und das ist mehr oder weniger aufgeräumt. Das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Wenn dich das stören sollte, dass im Hintergrund Sachen bei dir stehen und du die nicht zeigen willst, kann man sogar in der Zoom-App das Ganze, den Hintergrund versuchen, unscharf und auszublenden. Wie geht das jetzt, dass du deinen Hintergrund verschwinden lässt? Das ist ganz einfach, wenn du im Meeting drin bist. Du gehst ins Meeting rein, das habe ich dir ja schon erklärt. Und das kann jetzt so aussehen. Ich starte jetzt mal ein Meeting und hier bin ich jetzt mal da zu sehen. Und das, ich lege es mal kurz hin, das iPad, nur nicht wundern. Ich bin jetzt mal kurzfristig weg. Hier bin ich wieder. Hier rechts oben befindet sich ein Knopf, der heißt mehr. Und dort gibt es den Punkt virtueller Hintergrund. Den einmal aktivieren. Und dann findest du an der untersten Leiste ein paar Dinge zur Auswahl. Das erste, none, bedeutet keiner. Und jetzt kann man hier so eine Golden Gate Bridge, irgendein Weltraummotiv, irgendwelche Blätter und Wassertropfen. Ich mach mal den Weltraum. Und wenn ich jetzt ins Bild reinkomme, könnt ihr mich hier sehen. Hallo, hallo. Jetzt bin ich hier so abgeschnitten. Und ihr seht, das funktioniert relativ gut. Das Ganze ist jetzt natürlich nicht super perfekt. Das ist kein perfekter Greenscreen oder so. Aber um Privatsphäre zu erwahren, könntet ihr eine der Optionen nutzen. Ich find's immer toll, die Leute im Zoom-Meeting zu sehen. Weil dann kann ich auch an den Reaktionen besser abschätzen. Oh ja, das ist jetzt verstanden worden. Oh, da schreibt gerade jemand mit. Dann weiß ich auch, aha, da muss ich jetzt vielleicht eine kurze Schreibpause gönnen. So, das war's, wie du schnell in Zoom starten kannst. Ich hab dir zum Schluss noch kurz Bonus-Tipps. Und zwar nochmal zurück hier in Zoom. Am obersten Rand findest du Symbole. Hier steht einmal Stummschalten, wenn du dich räuspern musst, wenn du niesen musst und so weiter. Einmal hier draufdrücken, zack ist das Mikrofon aus. Und schon hören die anderen das nicht. Außerdem kann man seine Videofunktion, ihr seht, hier bin ich jetzt zu sehen, kann ich jederzeit ausknipsen. Und dann erscheint, wenn du das voreingestellt hast, so wie ich, ein Profilbild, also ein Foto jetzt von mir. Wieder auf das Video draufdrücken und schon, falls deine Geliebte gerade durchs Bild gelaufen ist, ist die nicht zu sehen. Nein, kleiner Schwarz. Also, Inhalte teilen ist auch eine spannende Funktion. Das ist so ein grüner Pfeil nach oben. Und jetzt könnte man nämlich seinen Bildschirm freigeben. Das kann durchaus spannend sein, gerade wenn wir ein Seminar haben, in dem es um beispielsweise Bildbearbeitung geht. Könntest du mir jetzt deinen Monitor zeigen und ich sehe dann, aha, du hast ein Landschaftsbild und ich sehe, aha, der Himmel ist überbelichtet oder da sind tolle Wolken etc. Dann kann ich noch zielgenauer, noch passgenauere Tipps geben. Das waren die Bonus-Tipps. Ich hoffe, dir wird das Meeting mit Zoom gefallen. Das ist eine tolle Möglichkeit, kostenlos für dich als Teilnehmer mit einer sehr kleinen App. Und wenn du das Ganze auf deinem iPad nutzen willst, ganz wichtig noch zum Schluss der Hinweis, alles Gesagte funktioniert auch auf dem iPhone. Und wenn du jetzt sagst, Hilfe, ich habe keine Apple-Produkte, dann schau dir eines meiner anderen Videos an. Ich habe das Ganze auch noch erklärt. Einmal für Android, einmal für Windows und einmal noch für Mac OS. Die Links zu den anderen Videos findest du in der YouTube-Videobeschreibung. Wir sehen uns vielleicht in einem meiner Online-Kurse, wo du die Fotografie lernen kannst. Bis bald, dein Andreas.